Manchmal glaube ich, dass wir uns heute eher auf Probleme zwischen Menschen fokussieren, auf Trennendes. In meiner Zusammenarbeit mit Fintechs und Startups wäre das für mich als Bankerin nicht hilfreich. Für uns zählen nicht Themen wie Turnschuhe oder Schlips, Loft oder Büro. Was für uns wichtig ist, sind neue, kreative, bessere Lösungen für zufriedenere Kunden zu entwickeln. Das schaffen wir nur gemeinsam. Persönlich glaube ich, dass nur wenn wir neugierig sind auf andere, auf anderes, wenn wir zuhören, wenn wir uns auf Dinge einlassen, dass wir ein wesentlich spannenderes Leben führen. Das ist nicht zuletzt einer der Gründe, warum wir mit DB Pride natürlich beim CSD vertreten sind.